Neben Maschinen Revival Hi Nettekombenheit, hier ist Grabs und das ist die Streamerkündigung für diese Woche Morgen, 20 Uhr, ich komme direkt zum Punkt, morgen um 20 Uhr werde ich Go Simulator streamen Das habe ich mal geschenkt bekommen vom Zuschauer, vielen Dank da nochmal Und ja, wenn ihr Bock auf Go Simulator habt, schreibt unten in die Kommentare Äh, Hashtag Ziegenficker, unten in die Kommentare Und Samstag ab 20 Uhr werde ich Fear 2 streamen In den zweiten Teil zu Fear, in den ersten habe ich ja schon mal gestreamt Und jetzt werde ich den zweiten komplett durchzocken, in einem Go am Samstag Ich werde versuchen, so schnell wie möglich durchzukommen Ich habe es schon mal auf der Playstation damals durchgespielt Das heißt, ich weiß in etwa, was ich machen muss, das dürfte nicht so mega lange dauern Aber ich hoffe, ich schaffe es noch direkt am Samstag durch Ab 20 Uhr am Samstag kommt Fear 2 Also nicht 4-2, also nicht 42 42, sondern Angst 2, okay, gut Und falls ihr einen Wunsch für einen Stream habt, was ich streamen könnte oder was ich auch aufnehmen könnte Addet mich unten, in der Beschreibung ist mein Steam-Link Also mein Steam-Name, addet ihr mich, könnt ihr da meine ganzen Games durchgucken Könnt ihr schreiben, hey, spielen wir das, spielen wir das Darauf habe ich Bock, darauf habe ich nicht so Bock, warum soll das spielen kaufen, du bist schwul Oder irgendwie sowas könnt ihr mir dann sagen Und auf Steam könnt ihr auch mit mir chatten Also freue ich mich dann morgen auf 20 Uhr zum Streamen Und morgen kommt auch der Hard-Boiled-Mode von One Night at Plumpties Was ihr euch alle gewünscht habt und was sehr hart werden wird Aber da freue ich mich nicht so drauf Ich freue mich nicht, aber das Spiel macht Spaß, ist ein gutes Spiel Aber sonst ja, wir sehen uns, bye bye Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal